So, Leute, da sind wir beim nächsten Video und wie immer zu einem neuen Set machen wir der gute Robin und ich ein wunderschönes Set auf und zwar machen wir uns ein paar Booster auf und jedes Mal zu jedem Set kriegen wir ein paar Booster irgendwoher. Dieses Mal wurde es gesponsert vom lieben Lip Lab 1, Leute auf meinem Kanal kennen das schon, großartiger Mann, unten in der Videobeschreibung seht ihr Card Market und Instagram Account, macht super cool Instagram Stuff und hat sau viele Sachen auf Card Market. Das ist wirklich krass, super, super cooler Dude durften wir in Barcelona auch treffen und treffen wir vielleicht in Amsterdam. Super netter Kerl, auf jeden Fall. Vielen Dank an Lip Lab für das Zusenden der Booster. Mega. Genau, wir machen Lost Carbon of XLR, Set Booster oder auch Jurassic World auf. Ja, also das muss man ja auch, gehört halt dazu, ne? Ja, nee. Hast du denn schon Karten geöffnet von Jurassic World? Äh, ja. Ich habe gerade eben in einem Bundle Get Lost oder wie das heißt oder wo man sich, nee, Don't Move. Ah, ja, ja, Don't Move, der neue Sweeper. Genau, Don't Move geholt und ich glaube, das war's. Okay. Ja, lass uns mal loslegen, oder? Genau. Eins der letzten Male, dass wir Set Booster aufmachen, ich weiß. Ja, ja, stimmt. Oder ist es das letzte Mal? Das kann sogar sein, ja. Ich dachte bei Ravnica, Ravnica wird keine Set Booster geben. Das stimmt, das stimmt. Und Karloff hat schon die neuen Booster. Das heißt, es ist das letzte Mal, dass du Set Booster zusammen aufmachen. Das letzte Mal Set Booster. Aber das ist ja super weird. Guck mal, die Artkarte, das ist von den Planes. Sieht aus wie die Planes. Aber es hätte halt auch einfach jetzt Planes draufschreiben können, dann kannst du das als Basically nehmen. Das wäre jetzt so gut, wenn darunter die Planes wäre zu vergleichen. Ah, nee. Schade. Schade, schade, schade. Zu aufwendig. Aber es wäre gut gewesen, tatsächlich. Genau. Wie die letzten Male auch, wir gehen immer so ein bisschen durch und reden so ein bisschen drüber, was wir so ziehen, was wir gemacht haben. Wir haben ja schon erzählt im Podcast, wir machen übrigens einen Podcast zusammen, die Leute, die es noch nicht wissen, dass wir tatsächlich ganz coolen Stuff bei Pre-Releases auch gemacht haben. Ja. Und dementsprechend wird das ganz cool. Das ist dieser Second Command, wo? Den ich jetzt aus Versehen als Second Command bezeichnet habe. Genau, genau. Das ist die Uncommon, der auch da mit drin ist. Und meine erste Rare ist tatsächlich Preacher of the Schism. Ein 4x2, 4 mit Death Touch. Ich glaube, den habe ich mal im Sideboard jetzt schon gesehen. Ja. Von Absalom Greasefang. Was hast du so? Sanguine Evangelist. Eine meiner Top-Karten tatsächlich. Vampir-Cleric, er hat Battlecry, jede Karte im Battlecry ist. Großartig. Sehr gut. Ich hatte noch so ein Foil-Spyglass-Siren. Manche Leute glauben, dass es Teil eines Supercycles ist. Also der Thraben-Inspektor. Dann gab es ja noch den Voldaren-Epicure. Also ein Mana-One-Drops, die einen Token mit sich bringen. Der bringt einen Map-Token mit sich. Ich brauche Aluhüte. Mehr Aluhüte braucht das Land. Wirklich. Vielleicht ist es ja sogar was. Aber auch hier noch keine Jurassic World-Karte mit drin. Ich finde ja tatsächlich gar nicht ... Also ich finde ja zum Beispiel diesen Indominus Rex ziemlich nice. Indominus Rex oder Indominus Rex Alpha? Indominus Rex Alpha natürlich. Wichtig. Genau. Die Freebooter. Ist auch eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Human tatsächlich. Voll. Vor allen Dingen, wir haben auch hier wieder einen Cycle mit Basic-Land-Cyclern drin. Die waren ja in Helleringe auch der Shit. Ja. Oh, der Geological Appraiser. Da freut sich doch der Pionierspieler oder nicht. Der Bloodbraid-Elf für Pionierspieler quasi. Den leh ich mir auf jeden Fall schon mal raus. Dann haben wir hier einen ... Oh, das ist ein Jurassic World Swamp. Oh mein Gott. Viel geiler ist, drehen um. Wie umdrehen? Ah, was? Das ist ja super weird. Wie er ankommt ... Zweiseitig bedruckte Swamps. Nach dem Boot. Das hab ich ja gar nicht mitbekommen, dass es die auch gibt, ey. Das ist ja super witzig. Wir machen übrigens einen News-Podcast zusammen. Ja, und halt trotzdem keine Ahnung, was in diesem Booster mittlerweile drin ist. Ja, ja, ist wahnsinnig schwierig. Und du hast danach noch, meiner Meinung nach, die coolste Karte im ganzen Set. Den Stelectite Stalker. Genau, der hat Menace und ... Genau, immer wenn man Descendant, also wenn ein Permanente in den Friedhof kam von irgendwoher, bekommt er eine 1-1-Marke. Das ist schon sehr strong. Was hast du so, Andreas? Ich hab Amalia für Pioneer-Kombo. Yes. Kutzels Flankers. Das ist ein Cat Warrior, der Dinge tut. Der gar nicht mehr so schlecht ist. Ja, so ein Toolbox-Ding. Ja. Und irgendein Mighty ... Might of the Ancestor. Crazy. Spannend. Ich hab hier noch eine Listenkarte von Kaldheim, weil die unbedingt Reprint brauchte. Ja, natürlich. Großartige Karte. Ach ja. Schön. Wusstest du eigentlich, dass eine grün-weiße Karte hier drin ist, die absolut broken ist, im Einkommens-Lock? Nee. Und zwar die ... Warte. Die Kutzel heißt sie. Ah, doch, doch. Ich weiß, wen du meinst. Der war nämlich auch in der Top-Liste, ich glaub, von Tolerian Community College drin, ne? Der ist richtig gut tatsächlich. Crazy. Der halt den Dreiferi macht und sagt, hey, oh, guck mal hier. Kannst gar nicht mehr ... Keine Spells mehr casten. Ja, die Mountains und die Basic-Lines, da bin ich ja großer Fan. Das ist noch wirklich schön. Ich hab auch ne Foil gezogen, ne Foil Island. Und die find ich ziemlich schick, muss ich wirklich sagen. Deadweight. Was sagst du denn zum Limited? Hast du denn beim Pre-Release einen Eindruck von dem Set bekommen? Ja, du kannst halt grün-weiß-rot-Ramp-Stuff spielen. Mhm. Oder du spielst halt schwarz-weiß-Vampire-Control. Hm, ja. Oh, Growing Rides. Ich hätte, glaub ich ... Die ist hart runtergegangen. Oh, ja. Aber gute Commander-Karte kann man immer ... Oh, die sieht ja auch nice aus. Die sieht nice aus. Ist wahrscheinlich nicht super teuer. Ist ein Commander. Ist ein Commander, kann man Commander drum spielen. Da hab ich Breast Tunnel Grinder. Ein 3-Mana-Legendary-Artefact. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist cool. Und Votile Fault. Die, glaub ich, ist tatsächlich stärker, als die Leute aktuell Leuten dafür geben. Ach so, ach nee, das ist gar nicht das Evolving Wilds. Das ist das, was ein Land kaputt macht, ne? Ja. Das ist ganz gut. Oh, ein Tombrober als Listenslot. Mehr Karten von der Liste. Der ist 3-Mana, 1-1 mit Menace. Und man kann den Discarden ... Man kann die Karte in Discarden, um ihn exploren zu lassen. Weiß nicht, ob das jetzt so viel Play sieht. Aber mal gucken. Nö. Glauben nicht. Findest du eigentlich nicht auch verrückt, dass in Ixalan einer der Low-Power-Sets schlechthin Treasure-Tokens angefangen haben? Ja. Also die Mechanik schlechthin, die es jetzt in Commander und überall reingeschafft hat? Das ist ein geiler Dino. Der hier? Ja. Ich hab sogar die Signatur mit drauf. Ich weiß, es bedeutet einfach gar nichts, aber ... Nichts mehr. Es ist trotzdem immer noch ganz witzig. Ja. Achillot. Jetzt haben wir noch Echo of Dusk. Oh, hier, Dusk Rose Reliquary. Endlich auch mal. Ich hab das Gefühl, die Uncommons, die sind wirklich sehr krass Powercreate irgendwie in dem Set. Ja, ja. Aber ist ja auch ganz nett, dass nicht nur alle der Power irgendwo in einem Set ist. Oh, Saheli, the Sun's Brilliance in diesem Alternate Border. Das ist mythisch, wo? Genau, die ist mythisch. Und die macht Kopien von einer Creature or Artifact. Außer es ist halt ein Artifact in Dish-O-Sether-Types. Sehr, sehr stark. Und man muss die Sacrifice. Ich glaub, die kann in Commander extrem broken sein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sehr, sehr gut. Uh. Uh. Nice. Nice. Endlich. Mein erster Kevin of Souls. Finally. Ja, alles klar. Five-Caller Humans kommt auf jeden Fall. Und noch ein ... Thrashing Bronto. Thrashing Bronto, Don. Das ist auch ein Reprint tatsächlich. Genau. Gar nicht so schlecht. Oh, geil. Da freu ich mich drüber. Nee, das war ein guter. Ich hab ein Gishata, Sun's Avatar. Ja. Der ist, glaub ich, auch nicht so günstig. Und ein blau-weißes ... Uh, blau-weißes Man-Landed Fall. Crazy. Aber ist auch nicht so schlecht, ne? Naja, das war gut. Das war eine gute Runde. Würde ich auch sagen. Gerne noch mehr davon. Das Kevin of Souls muss natürlich erst mal gesleeved werden. Erst mal gesleeved werden. Sehr, sehr cool. Ich find's auch stark, dass die das in Standard jetzt in so einem Set reinprinten. Ja. Und ich glaub, das addet halt wirklich noch mal was für Tribal Decks in Pioneer. Also, ich bin ja auch gerne so ein Typ, der auch mal so Sachen braut, die jetzt nicht unbedingt Meta sind. Aber, ähm, ganz nice, ja. Source of Spyglass auch wieder reprint. Oh ja, in Uncommon. Und hier, äh, They Did My Boy Dirty, Earthshaker Dreadmour. Wieso haben sie einen 6-Mana-6-6 mit Trampel auf einmal spielbar gemacht? Ja, ja. Wobei jetzt mit Bowmaster ist er halt eigentlich schlechter. Ja, das stimmt. Spyglass, The Rain. Dann Dreadmour Aya. Äh, oh, Master Guide Mural. Das sagt mir auch gar nix. Es gibt so viele Karten, die ich gefühlt noch nie gesehen hab. Oh, holy shit. Oh, die ist ne richtig coole Karte. Echoing Depths in diesem alternativen Artwork. Das ist ja richtig geil. Sehr gutes Land, by the way. Ja, voll. Sieht auch irgendwie cool aus. Ich dachte grad kurz, haben die Secret Lehrkarten auszusehen, hier reingeprintet oder was hier los. Nee. Oh, Bringer of the Last Gift. Der ist ganz nett. Der tauscht Feld und Friedhof aus. Oh. Das ist schon okay. Das ist schon high impact. Aber es sieht gut aus. Äh, Deep Fathom Echo. Ja. Ah, na ja, gut. Das ist auch ganz gut. Adaptive Gemguard und schon wieder ne Kaltheim-Listenkarte. Karte von der Liste. Wirklich, das ist meine dritte Listenkarte in sechs Booster einfach. Was soll das? Ja, ist doch großartig. Naja. Naja. Jetzt müsste nur noch was Gutes bei rumkommen. Okay, Last Pack. Ah, ja, ja. Last Pack. Du hast tatsächlich eine Dinosaur-Karte gezogen. Also können wir nicht sagen, Jurassic World is a fake. Ja. Aber es gibt Jurassic World Karten hier drin. Ja, aber es ist deutlich weniger, als ich dachte. Ich dachte wirklich, es wären deutlich mehr Karten. Es ist nicht so schlimm wie bei den Autos. Wie heißen sie da? Transformer. Transformer. Oh, beide Mountain. Oh, guck mal. Oh, Vollmountain. Geil. Nice. Freu ich mich. Die sehen wirklich cool aus. Yes. So, dann beim letzten Mal noch was raushauen, oder? Jetzt wäre noch was Geiles. Ich würde mich auch über ein paar gute Ankommens freuen, tatsächlich. Ähm, aber ... Oh, Thrashing Prototones ist playable. Okay, wir haben hier It's Queen ... Wie heißt er? It's Kinthy? Yes, den hast du gerade eben schon mal gezogen. Aber der ist ein geiler Commander, weil es ein 2-Männer-2-3-Commander ist. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann, äh, Breaches, Eager-Pilferer. Oh, was hast du denn da? Ist das derselbe von eben? Also, das ist derselbe von eben, ja. Ah, ja. Du hast Breaches. Breaches ist cool. Ja. Aber ... Dann habe ich hier noch Walk with the Ancestors, eine Kamen und ein Fungo-Token. Und das ist der Mephidross-Vampir. Und der ist ein Special Guest. Ah, ehrlich? Ist das ein Reap? Ach so, ja klar, er hat das Symbol. Special Guest. Crazy, was macht der denn? Each creature controller. Der, ähm, genau. Each creature controller ist Vampire. Und immer wenn sie Schaden zu finden, kriegt man eine kleine Sparke. Aus, äh, Mirrodin. Oh, crazy. Ja, das ist doch nice. Dann, äh, wir haben zumindest schon mal ein paar, äh, Special Slots in diesem Video ganz gut abbilden können. Ich glaube, es ist alle. Ich glaube, alle mit dem Land. Das Land ist geil. Ich liebe diese Länder. Ja, die, also die sind schon echt cool. Wobei halt wirklich, dann könnte das halt auch einfach als Planes durchgehen, oder? Ja, 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 ja. Also, es ist halt beidseitig, äh, also, ich meine, ich freue mich drüber. Also, vor allen Dingen, wenn ich mich über Länder freue, dann kann ich mich auf jeden Fall hierüber nicht beschweren. Mega. War ein mega geiles Moment. Das war wirklich cool. Äh, nochmal vielen, vielen Dank an den guten Lippler. Dankeschön. Wie gesagt, unten in den Kommentaren, äh, Kommentaren, in der Videobeschreibung. Bitte, bitte nachgucken, ob ihr was von ihm kaufen wollt oder ihn abonnieren wollt. Yes. Auf Instagram. Das ist übrigens kostenlos. Ähm, manche Leute denken anscheinend, es kostet was auf YouTube, Instagram oder so zu folgen oder zu abonnieren. Nö. Das ist kostenlos, es hilft uns. Äh, deswegen geht mal auch beim lieben Robin vorbei, äh, lasst da mal ein Abo da. Äh, auf dem letzten Video ein Like, mindestens auf dem letzten Video, wenn nicht auf allen Videos, weil die sind alle großartig. Danke. Und, äh, ja, wenn ihr auch das Video gefallen habt, hier könnt ihr auch noch einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren. Mindestens mal für Carbon of Souls und ein Special Guest. Ja. Dementsprechend, wir haben, glaub ich, alles abgedeckt, was wir abdecken können in X-Alan und das mit, mit zwölf Boostern, was krass ist. Das ist schon echt strong. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung und, äh, Like auf jeden Fall da lassen, Abo da lassen und, äh, dann sehen wir uns bei dem nächsten Unboxing, das dann nicht mehr mit Z-Boostern sein wird, sondern mit Playboostern. Bin ich ja ein bisschen schockiert über den Fakt. Nee, das ist schon erst Draftbooster, wir haben dazwischen noch Draftbooster. Oh, stimmt, wir haben dazwischen nämlich noch. Wir remastern ja quasi noch, äh, einen gewissen Plane. Ja. Ja, da mal gucken, was wir da machen. Yes. Und, äh, ja, wir sind's dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.